Vielen Dank für die Einladung zu dieser Tagung. Als wir die Einladung gekriegt haben, hier jemanden zu entsenden, hat natürlich unser Vorstand gleich gesagt, der Philipp muss gehen, weil, wieso ich? Sie haben schon angedeutet, ich sollte hier als Best Practice Beispiel zeigen, was eigentlich Integration heißt. Das ist immer eine bisschen undankbare Rolle und ich werde versuchen, ein bisschen auch persönlich Integration näher zu bringen, aber auch in einem größeren Rahmen und vor allem aus einer anderen Perspektive. Ich bin kein politischer Beamter, wieder bin ich irgendwelchen größeren Institutionen, Konglomeraten verantwortlich darzustellen. Auf jeden Fall will ich gleich einen provokativen Gedanken in den Raum stellen und ganz im Gedanken oder in der Tradition dieser hegelianischen Dialektik darf ich betonen, dass es keinen singulären Migrantenbegriff gibt und doch sind wir alle hier in diesem Raum Migranten. Wieso? Wir müssen uns klar sein, dass wir die 10.000 Jahre Sesshaftigkeit hinter uns haben. Wir haben im 20. Jahrhundert und auch im angehenden 21. Jahrhundert sozusagen die Werte der Sesshaftigkeit aufgegeben, oder wir sind gerade dabei. Das sind Werte wie der Besitz, der neu definiert wird, die Definition der Heimat oder des Heimatbegriffs wird neu definiert und die Zweitrangigkeit der Frau, die uns über Jahrtausende begleitet hat. Und die Arbeitsteilungen, die werden zurzeit auch neu aufgeschlagen und das sind Prozesse, die im Gang sind und die uns alle betreffen. Zur gleichen Zeit sind wir oder ein Großteil von uns nach Graz migriert, sei es zu dieser Tagung, sei es wegen persönlichen anderen Gründen, wegen Migrieren heute zurück. Wir bewegen uns ständig. Also diese Mobilität ist ein grundlegender Gedanke, der als Pfeiler einer, ich kann es so sagen, postmodernen Gesellschaft auf jeden Fall präsent ist. Auf der anderen Seite darf ich auch betonen, dass es den Migranten als solchen, wenn wir es rein strikt nehmen, auch nicht gibt. Es gibt einen Flüchtlingsmigranten, es gibt einen Bildungsmigranten, es gibt einen Arbeitsmigranten, es gibt einen humanitären Migranten und so weiter und so fort. Also die Subkategorien werden wir vielleicht noch später von meinen Nachrednern hören. Auf jeden Fall, was man da betonen muss, ist, dass es, wenn es zu Migration kommt, und das ist ein österreichisches Phänomen, sehr stark auf den Leistungsprinzipien orientiert ist. Leistungsprinzipien sind zwar gut und notwendig und wichtig, aber die beziehen sich hauptsächlich auf wirtschaftliche Komponenten, auf demografische Komponenten. Und was hier ausgelagert wird, ist natürlich eine stark kulturpolitische Dimension. Und natürlich Kultur ist alles, und mit Kultur kann man sich immer schön ausreden und sagen, ja, mein Gott, Kultur, Werte und so weiter. Aber wir alle oder alle Migranten haben in unserem Kulturverständnis eine Sache gemeinsam. Und das ist der Drang nach Freiheit. Alle Migranten migrieren und bewegen sich irgendwo hin, wegen ihnen als grundlegenden Menschenrechts, dem Bedürfnis nach Freiheit. Sei es wirtschaftliche, politische, kulturelle und so weiter, Freiheiten. Insofern wurde mein eigenes Identitätsverständnis sehr stark durch meinen eigenen Freiheitsbegriff stark geprägt. Und da komme ich auch zu meinen, vielleicht einen kurz persönlichen Eindrücken oder einen kurzen Exkurs in mein Leben. Ich wurde Anfang der 80er Jahre in Montenegro geboren. Damals war es noch das sozialistische Föderative Jugoslawien. Anstatt der knapp ein Jahrzehnt danach einen blutigen Bürgerkrieg zerbrochen ist. Wir haben hier Gäste aus Serbien, aus der Vojvodina, aus Bosnien, aus Kroatien. Also ihnen muss ich die Geschichte nicht näher bringen. Auf jeden Fall hatte ich das Privileg, zwei Jahre, also die ersten zwei Jahre der Volksschule in München zu verbringen. Und dort habe ich auch das, wie Sie hören können, das relativ gute Deutsch mitgekriegt. Dann hat meine Familie aber 1990, Ende 90er und Anfang 91 den Entschluss gefasst, als irgendwie Jugoslawien da an der Kippe gestanden ist, zurück nach Montenegro zu gehen, obwohl wir die Möglichkeit hatten, in München zu bleiben. Mein Vater und meine Mutter, es waren typische Bürger Jugoslawiens, und ich betone da mit Bürger Jugoslawiens, weil sie an die Idee geglaubt haben, wie so viele eigentlich. Viele, die dann natürlich durch dieses riesengroße Trauma durchgegangen sind, wo sie sich einfach 1991, 92 wiedergefunden haben und nicht nachvollziehen konnten, was es heißt, dass vor ihren Augen eigentlich ein Staatsabricht der irgendwie der große Traum war. Ein Staat, wo viele geglaubt haben, dass alles in Ordnung ist, wo viele geglaubt haben, dass es eine relativ gute wirtschaftliche Entwicklung gab. Leute, die einfach nicht sehr viel über den Freiheitsbegriff weiter reflektiert haben und Sachen als gegeben angenommen haben. Insofern habe ich dann die 90er in der Bundesrepublik Jugoslawien, Serbien und Montenegro verbracht, umringelt von tragischen Konflikten, Anfang 1991 unter Wirtschaftsfraktion bedingt und natürlich in einer Zeit, wo Sie sich den Übergang vorstellen, aus München, wo wir gelebt haben, nach Podkoritz, einer sehr kleinen Gemeinde, einer noch immer relativ armen Gemeinde, falls Sie jemals dort waren, nicht gerade der schönsten Hauptstadt Europas. Und das war für einen Zehnjährigen schon ein sehr großer kultureller Umbruch und hat auch sehr stark auch zu meinem Verständnis oder Selbstverständnis geführt, was eigentlich meine persönliche nationale Identität ist. Und dazu komme ich auch noch später. Auf jeden Fall, ja, ich war schon seit der frühesten Kindheit ein gebranntes Kind. Und ich muss da betonen, alle unsere Identitäten sind Singular. Die sind so etwas von einzigartig, denn ich kann meinen Werdergang, wo ich in den 90ern in Montenegro war und die Konflikte um das kleine Land herum so mitverfolgt habe, gar nicht mit den Erfahrungen von Leuten, die in Bosnien während des Krieges war, vergleichen oder von Leuten, die in Serbien oder in Kroatien waren. Wir alle haben bestimmte Erfahrungen gesammelt, traumatische Erfahrungen, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind. Und das hat auch unsere Integrations- oder unser eigenes Verständnis oder Selbstverständnis stark geprägt. Das Profil, mit dem wir dann später in jene Länder ausgereist sind, wo wir jetzt sesshaft geworden sind oder zumindest glauben, sesshaft zu sein. Und insofern muss sich auch die Frage nach multiplen Identitäten in den Raum stellen, weil jemand, der in einem Land geboren wurde, dann in einem anderen teilweise in die Schule gegangen ist, dann in das gleiche Land re-immigriert ist, das eigentlich dann nicht wirklich das gleiche Land ist, und dann später mit 18 Jahren, so wie ich, das Glück hatte, in die USA für ein Jahr zu gehen, um dort zu maturieren und nach den USA in Österreich zu gehen und dort ein Erstsemester an der Uni Wien zu skribieren, der hat natürlich eine total andere Perspektive als jemand, der diese Prozesse nicht durcherlebt hat. Sie erinnern sich sicherlich auch, ich darf Parallelen hier feststellen, mit Kindern von Diplomaten. Vielleicht sind einige von Ihnen Diplomaten oder ich habe zumindest in meinem Bekanntenkreis sehr viele Diplomatenkinder. Das sind auch Leute, die alle vier Jahre irgendwo hin migrieren und natürlich durch die eigenen Erfahrungen stark geprägt sind. Und wenn Sie welche kennen, dann wissen Sie, dass gerade diese Kinder sozusagen ein sehr schwieriges Problem haben, wenn Sie, sei es wieder zurück nach Deutschland oder Österreich oder wo auch immer, aus Ihrem ursprünglichen Heimatland zurückkommen haben. Ein anderes Beispiel sind auch Erasmus-Studenten. Ich war zu meiner Studienzeit in Wien, ich habe selber leider kein Erasmus-Semester gemacht, aber viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben mich doch gewagt und sind für ein oder zwei Semester in das Land gegangen und vielleicht einige ihrer Kinder oder einige der Anwesenden. Und Sie wissen doch sicher, wenn jetzt ein Grazer oder ein Wiener nach Barcelona geht oder nach Paris oder Warschau oder Krakau, dann ist da vielleicht ein Semester dort oder zwei Semester und er kommt natürlich, oder Sie oder er kommen dann natürlich total begeistert zurück. Und Sie kennen die Leute fast nicht mehr mit dieser Begeisterung, mit diesen verschiedenen kulturellen Komponenten, die Sie uns aus diesen Kulturtikeln mit nach Hause bringen. Insofern stellt sich natürlich die Frage, was es heißt heute, was überhaupt der Begriff einer nationalen Identität darstellt, ob er überhaupt noch aktuell ist. Und gerade diese nationale Identität ist heute, wie soll ich sagen, zweitrangig geworden. Wieso? Aus meiner Sicht gehört die Zukunft nicht mehr der Nationalstaaten. Aus meiner ganz persönlichen Erfahrung darf ich sagen, dass die Nationalstaaten der Kern des Übels sind, in dem ich groß gewachsen bin. Also ich rede davon konkret über die Konflikte am Balkan, aber ich rede auch, wenn Sie sich die europäische Geschichte anschauen, über die letzten mindestens 1000 Jahre, wobei der moderne Begriff der Nationalstaat erst im 19. Jahrhundert geprägt wurde. Oder im Endeffekt, nationales Denken hat auf jeden Fall mindestens die letzten 150 Jahre stark geprägt. Wir hatten zwei Weltkriege, wir hatten dann diesen blutigen Konflikt am Balkan, wir haben heute lauter blutige Konflikte weltweit, die sich sehr stark auf nationales und ethnopolitisches Denken sozusagen beschränken. Insofern muss ich betonen, dass die Identitäten in Zukunft sehr stark auf einem unteren Level geprägt werden. Und gerade weil wir heute in einer Gemeinde sind, gerade weil wir heute in Graz, in der Steiermark sind, darf ich auch wirklich betonen, dass viele von Ihnen oder viele von uns an erster Stelle auch als Bürger einer Stadt oder einer Gemeinde sind. Viele sind sich an erster Stelle aus Grazer, dann aus Steierer und dann erst aus Österreicher und dann vielleicht im vierten Schritt aus Europäer. Und natürlich dieser Gedankengang ist ganz, ganz essentiell. Wir hatten gestern, und schade, dass der Herr Schausberger gerade ausgegangen ist, auch ein sehr nettes Beispiel, wo er gemeint hat, auch ein sehr persönliches Beispiel, wo er erwähnt hat, dass seine Tochter lange in Graz lebt und gerade ein Enkelkind gekriegt hat, oder er ein Enkelkind gekriegt hat und das Kind jetzt ein Grazer ist. Und der Herr Schausberger als Bekenner Salzburg und der Bekenner Europäer ist natürlich jetzt mit dem, oder das war eine Frage, die direkt an ihn gerichtet ist, mit der Situation konfrontiert, wie dieses Kind dann sich eines Tages empfinden wird. Also von Salzburg wird wahrscheinlich nicht diesen riesengroßen Bezug haben wie seine Tochter oder er. Es wird an allererster Stelle ein Grazer sein, 10, 15 Jahren, wenn es so weit ist. Und dann erst im zweiten Anlauf vielleicht an Steirer und dann Österreich und so weiter. Und genau diese Prozesse sind jene, die uns dazu bewegen, unsere eigenen Identitäten hinterher nachzufragen. 1990 gab es hier in Graz innerhalb des steirischen Herbstes einen Vortrag von einem meiner sozusagen großen akademischen Vorbilder, von einem Prager Kulturphilosophen, vielleicht kennen einige von Ihnen ihn, William Flusser. William Flusser hat vielleicht sogar in diesen Räumlichkeiten, ich weiß nicht wo genau, einen exzellenten Vortrag gehalten, wo er sozusagen damals schon, und wir reden über das Jahr 1990, er ist leider 1992 tragisch verstorben in einem Autounfall. William Flusser hat 1990 in Graz die Definition oder die Redefinition des Heimatbegriffes verlangt. Ich meine, ich erinnere Sie nochmals, 1990, wo er eigentlich schon damals von einer heimatlosen Zukunft gesprochen hat. Was heißt eine heimatlose Zukunft? Sie müssen sich Heimat als Folgendes vorstellen. Heimat ist etwas, was ident ist mit unseren Hautfasern oder mit unseren Venen, die in uns durchgehen. Und was passiert mit jemandem, der von seiner ursprünglichen Heimat oder einem Migranten, der von dieser Heimat losgerissen wird? Er hat Schmerzen. Und wir alle Migranten hatten diese Schmerzen. Wir haben das alle tief, tief gespürt und wir haben sie noch immer. Und diese Schmerzen artikulieren sich auf verschiedenen Ebenen. Und die Schmerzen dieser Entbindung wurden sozusagen mit einem, Sie können das mit einem chirurgischen Eingriff vergleichen. Und das ist sozusagen dieser erste Schritt, den man wagt, wenn man ein Land verlässt oder seine Gemeinde und wohin migriert. Die zentrale Frage, die sich aber stellt während des Integrationsprozesses, ist, was wird mit den Schmerzen? Eine erfolgreiche Integration, und das hat er damals sehr poetisch, der William Flusser behauptet, transformiert diese Schmerzen. Von Schmerzen eines chirurgischen Eingriffes in die Schmerzen einer Geburt. Und da kommt auch die zentrale Frage wieder. Und zwar fragt sich der moderne Migrant heute nicht mehr, wovon bin ich jetzt frei, sondern wozu? Natürlich, ich habe mein Land verlassen oder meine Gemeinde verlassen, um neue Freiheiten zu erlangen. Kulturelle, wirtschaftliche, politische und so weiter. Aber die Frage, die sich stellt, ist, wozu bin ich jetzt hier? Wozu bin ich in Österreich? Wozu bin ich in Deutschland? Wieso sind die Vietnamesen in Kalifornien? Wieso sind die Türken nach Deutschland migriert? Wieso sind die Ex-Jugoslawen oder all diese Nachfolgestaaten, Personen nach Österreich migriert? Und diese Frage, frei wozu, ist eigentlich aus meiner persönlichen Perspektive, die wurde schon vor über 2000 Jahren beantwortet. Und da darf ich auf Platon seine Ideenlehre zurückgreifen und seine Medexis, wo er klar definiert, dass die Beschaffenheit der Leistungen, die ein Migrant oder in dem Integrationsprozess hervorbringt, eigentlich nicht wirklich so wichtig sind, wie die Teilhabebeziehungen während des Prozesses alleine. Es geht um Partizipation. Es geht nicht nur um die Möglichkeit, sozusagen dem Staat loyal zu sein durch Steuern zahlen und die bloße Anwesenheit. Es geht vor allem darum, um sozusagen nicht nur politisch partizipativ zu werden, sondern auf anderen Ebenen auch. Und gerade in Österreich hat man und auch in Deutschland und in den umliegenden Ländern eine sehr starke Vereinskultur. Und man hat auch einen sehr lebendigen Diskurs auf verschiedenen Ebenen, wo sich Migranten mit verschiedensten Tätigkeiten auseinandersetzen können und auch mit Tätigkeiten der Selbstreflexion, wie wir das heute und hier erleben können. Insofern muss ich auch betonen, dass diese politische Partizipation ein ganz, ganz wichtiges Thema sein wird, das uns während der nächsten Jahrzehnte begleiten wird. Und der Herr Kiefer hat das auch in seiner Rede auch erwähnt mit der Frage der doppelten Staatsbürgerschaft. Die Frage der doppelten Staatsbürgerschaft, die sich gerade in den Koalitionsverhandlungen in Deutschland stellt, in Österreich leider total vernachlässigt wird, ist eine, die nur zum Teil aber den Integrationsprozess beeinflussen wird. Ich darf Sie daran erinnern, zum Beispiel, dass die Stadt Wien knapp 20 bis 25 Prozent Ausländer hat, die keine EU-Bürger sind. Das heißt, die sind vom Gemeindeniveau bis hin zum Bundeslevel, also politisch nicht partizipativ. Das ist schon ein Problem, das in die Ebene der Legitimierung einer Demokratie reindrängt. Und das ist eine Frage, mit der sich aktuell die Politik nicht auseinandersetzen traut. Ich möchte auch jetzt, weil wir weit über der Zeit sind, nicht zu sehr ausufern und mit noch zwei letzten Gedanken meine Rede beenden. Und zwar, gerade neulich habe ich auf ORHVT eine Buchrezension gelesen, und zwar von einem meiner ehemaligen Lehrer, von Benjamin Barber. Vielen ist da vielleicht ein Begriff, er ist ein US-amerikanischer Polittheoretiker, der an der Columbia University lehrt. Er hat gerade ein neues Buch herausgebracht, und das heißt, If Mayors Rule the World. Benjamin Barber, ich hatte die Möglichkeit, das Buch, das erst im Oktober 2013 erschienen ist, ich hatte die Möglichkeit, ich habe ihn das letzte Mal im Oktober 2011 getroffen, wo er mir über das Buch erzählt hat. Ich wusste schon damals sozusagen über die Hauptkapitel Bescheid, das hat sich dann noch fast zwei Jahre hingezogen. Im Endeffekt, seine These von Professor Barber lautet, dass die Zukunft nicht mehr den Nationalstaaten gehört, weil die großen Auseinandersetzungen und die großen Probleme der Zukunft nicht mehr auf nationalem Level gelöst werden können. Was sind diese Probleme? Das sind auf jeden Fall Armut, das sind Immigrationsströme, das sind Terrorismus auf verschiedenen Levels und in verschiedenen Formen und das sind natürlich Naturkatastrophen oder das, was wir heute als Klimaveränderung verstehen. Und wir sehen es gerade am Beispiel von Graz, wir haben vielleicht den Film gestern gesehen bei der Öffnung, wunderbares Beispiel, was eine Gemeinde alles imstande ist zu leisten. Wir sehen das am Beispiel der Gemeinde Salzburg, am Beispiel der Stadt Wien und so weiter und so fort. Und im Endeffekt, gerade durch die Handlungsunfähigkeit auf nationalem Level, durch die ethnopolitischen Diskurse, die uns sozusagen als Österreicher oder als Deutsche oder als Montenegriner oder als Serben daran hindern, unsere Visionen wirklich zu artikulieren, gehen wir oder müssen wir zurückgehen zu den Gemeinden. Und ich glaube auch, und ich bin sehr überzeugt, und mit Professor Barber der gleichen Meinung, und ich glaube nicht nur Professor Barber, sondern auch mit den Herrn Vorsitzenden, wie ich vorhin gehört habe, dass die Zukunft lieglich den Gemeinden und Regionen gehört, weil die es einfach nicht mit dieser Last des ethnonationalen Denkens was zu tun haben, beziehungsweise mit der Last nicht konfrontiert sind. Insofern darf ich auch zum Schluss kommen und hier ein Plädoyer abgeben, und zwar ein Plädoyer für die Vorteile dieses nomadischen Denkens, die auf jeden Fall als Eckpfeiler einer zukünftigen europäischen Identität dienen könnten. Gerade wenn wir mit Politikern reden, sei es EU-Abgeordneten oder Europapolitikern, nicht nationalen Politikern hören wir, dass es nie Vereinigte Staaten von Europa geben wird, weil die so tief überzeugt sind, dass die Nationalstaaten ihre Interessen nie abgeben können, weil sie natürlich der Nation verpflichtet sind. Und ich möchte und ich wünsche mir natürlich, ich bin selbst nicht politisch aktiv, aber ich wünsche mir, dass wir in Zukunft wirklich diese visionären Politiker haben, Leute, die sich etwas trauen und natürlich nicht nur Sachen in Konferenzen wie diesen artikulieren, sondern auch konkrete Großideen umsetzen. Insofern muss ich mit einem weinenden und einem lachenden Auge abschließen und Max Planck aus seiner Autobiografie zitieren, den durchaus bewusst war, was für eine politische oder eine Vision nötig ist. Das sind nur zwei Elemente, wie er so schön formuliert hat, fast politisch. Er hat gesagt, für eine Vision brauchst du einen Visionär, eine Person, die die Vision artikuliert. Und das zweite, eigentlich viel wichtigere Elemente ist, eine ganze Generation muss absterben, damit diese Vision erhört und verstanden wird. Insofern, glaube ich, ist mir durchaus bewusst, was in der Politik heute oder wie die politischen Prozesse funktionieren. Und es bleibt mir intim zu hoffen, dass wir morgen Individuen haben werden, wie sich die europäische Geschichte auch immer wieder hatte, die sich vieles oder Großes zu trauen versuchen werden. In dem Sinne sage ich herzlichen Dank für die Einladung und ich wünsche Ihnen auch allen eine sehr erfolgreiche Tagung. Vielen Dank. Vielen Dank.